Moin, ich bin Jonas, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einmal das Thema Multifaktor-Authentifizierung in Microsoft 365 ein bisschen näher bringen. Dazu erkläre ich euch gleich kurz, was ist eine Multifaktor-Authentifizierung und was kann die so. Außerdem zeige ich euch im Verlauf des Videos, wie ihr in Microsoft Office 365 Multifaktor-Authentifizierung für einen Benutzer einrichtet. Das ist relativ einfach und ist in wenigen Schritten erledigt. Prinzipiell, eine Multifaktor-Authentifizierung erhöht die Sicherheit eurer Benutzer enorm, weil damit beispielsweise verhindert werden kann, dass gestohlene oder verlorengegangene Benutzerdaten missbräuchlich verwendet werden, um irgendwo in eure Umgebung reinzukommen und von euch Daten abzuziehen. Die Multifaktor-Authentifizierung ist eine der größten Sicherheitsmaßnahmen in der Cloud und ich empfehle sie mindestens allen Administratoren, aber eigentlich auch, wenn möglich, jedem Benutzer da draußen sie zu verwenden. Generell gibt es noch zu sagen, dass es in Microsoft 365 zwei verschiedene Arten von Multifaktor-Authentifizierung gibt. Es gibt zum einen die native Multifaktor-Authentifizierung, die in allen Businessplänen standardmäßig enthalten ist und es gibt das sogenannte Azure MFA, also Azure Multifaktor-Authentifizierung. Für das Azure MFA benötigt ihr einen AD Premium Plan 1 mindestens. Wenn ihr noch Conditional Access und weitere Funktionen dazu buchen wollt, könnte es auch sein, dass eine EMS oder eine ADP2 Lizenz notwendig ist. In diesem Video gehen wir aber mal ganz basic auf das native ein, was auch jeder Kleinstunternehmer und jedes kleine Unternehmen für sich und seine User zum Schutz einrichten kann, ganz ohne zusätzliche Kosten. So, fangen wir erstmal an mit der Fragestellung, was ist Multifaktor-Authentifizierung? Das möchte ich euch kurz erklären. Wenn ihr auf office.com geht und euch dort einloggt, dann werdet ihr aufgefordert, euer Kennwort einzugeben. Vielleicht habt ihr es gespeichert, aber generell müsst ihr euch erstmal beim Anmelden mit eurem Kennwort anmelden. Das kennen wir nicht nur von Microsoft und Office, das kennen wir auch aus allen anderen Diensten, die wir im Web aufrufen. Wir geben dann unser Kennwort dort ein und sofern es richtig ist, wird uns auch der Zugang zur Plattform gewährt und wir landen in unserem Postfach oder in unserer App-Übersicht oder wo immer wir auch hin möchten. Nun ist die Frage, wie funktioniert das Ganze, wenn ich eine Multifaktor-Authentifizierung nutze? Auch bei der Multifaktor-Authentifizierung geht ihr auf office.com und meldet euch zunächst erstmal ganz normal über den Anmelden-Button an. Auch hier werdet ihr aufgefordert, euer Kennwort einzugeben. Allerdings ist das, was dann passiert, ein wenig anders. Nachdem ihr das Kennwort eingegeben habt, bekommt ihr den Dialog, einen gewissen Bestätigungscode einzugeben. Den bekommt ihr dann, wenn ihr als zweiten Faktor den Mobile Authenticator ausgewählt habt. Hier könnte beispielsweise auch die Eingabe des Codes aus einer SMS verwendet werden. Die Mobile Authenticator-App gibt es in den gängigen App-Stores. Ihr könnt sie dort runterladen und frei verwenden und darüber diese Codes generieren. Wie das funktioniert, zeige ich euch ein bisschen später. So sieht die Mobile Authenticator-App auf eurem mobilen Endgerät aus. Und ihr seht, hier wird ein Einmal-Code generiert. Der wird alle 30 Sekunden refreshed. Diesen Code geben wir jetzt hier ein und dann können wir auf Überprüfen klicken und unsere Anmeldung wird quasi verifiziert. Sofern der Code richtig ist, bekommen wir dann Zugang in unsere Office 365 Umgebung. In der Microsoft-Cloud-Welt gibt es zwei verschiedene Arten von Multifaktor-Authentifizierung. Zum einen gibt es die Standard-Native-Multifaktor-Authentifizierung in einem Office- bzw. Microsoft 365-Tenant. Und es gibt das sogenannte Azure MFA. In diesem Video gehen wir auf die native Microsoft 365-Multifaktor-Lösung ein. Die native Multifaktor-Authentifizierung von Office bzw. Microsoft 365 hat nur wenige Vorbedingungen. Sie ist in allen Business-Plänen enthalten und ihr könnt sie quasi überall verwenden, auch wenn ihr nur ein sehr kleines Unternehmen seid und nur ein paar User dort drin habt. Für die Einrichtung ist ein globaler Tenant-Admin notwendig und ihr müsst außerdem die Legacy-Authentifizierung, d.h. die alten Authentifizierungswege für Office 365 bzw. auch alte Office-Apps für den jeweiligen Benutzer deaktivieren. Die Funktionen vom nativen MFA in Office 365 umfassen den Schutz aller Office 365-User, d.h. ihr könnt das sowohl für Online-User als auch für AD-synchronisierte User verwenden. Ihr könnt den mobilen Authenticator wie in diesem Beispiel verwenden, außerdem die SMS oder auch einen Telefonanruf. Diese MFA-Lösung enthält außerdem auch die App-Passwörter für die Einrichtung von Client-Anwendungen, die keine Multifaktor-Authentifizierung unterstützen, beispielsweise die Office-Installation auf einem Endgerät wie einem Mac oder Ähnlichem, wo ihr keinen MFA-Dialog habt. Hier werden die App-Passwörter verwendet, um die Apps jeweils zu registrieren. Außerdem können für Benutzer vertrauenswürdige Geräte hinterlegt werden, um so die Sicherheit und den Komfort noch weiter zu erhöhen. Auf das Thema Azure MFA möchte ich in diesem Video nicht eingehen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr Multifaktor in eurem Office 365-Tenant für einen Benutzer einrichten könnt. Also, wir starten wieder im Admin-Center und gehen dort einmal in die Benutzerverwaltung und sehen hier oben auch schon den Punkt mehrstufige Authentifizierung. Wenn wir da drauf gehen, bekommt mir einen neuen Dialog geöffnet, in dem ihr jetzt quasi die Verwaltung eurer Multifaktor-Authentifizierung in Microsoft 365 einrichten könnt. Ihr bekommt hier eine Liste aller eurer Anwender aufgezeigt. Seht auch, ob die schon mit Multifaktor-Authentifizierung eingestellt sind oder nicht. Wir wollen jetzt mal für einen User unsere Multifaktor-Authentifizierung aktivieren. Wir wählen den Nutzer dafür aus und gehen ganz einfach auf den Punkt Aktivieren. Dann bekommen wir diesen Dialog. Dem stimmen wir zu. Wir aktivieren die Multifaktor-Authentifizierung und schon ist die Multifaktor-Authentifizierung für diesen User aktiviert. Wir können über dieses Menü jetzt genauso gut die Multifaktor-Authentifizierung wieder deaktivieren. Wir haben den Punkt Erzwingen. Wenn wir das machen, wird der User einmal gezwungen, alle Einstellungen zu seiner vielleicht bisherigen Multifaktor-Authentifizierung und zu seinen bisherigen Einstellungen in den Apps wieder zurückzusetzen. Und wir haben hier noch die Benutzereinstellungen. Hier können wir verschiedene Einstellungen rund um den Benutzer steuern. Wir können hier beispielsweise die Kontaktmethode für den Benutzer zurücksetzen. Wir können die App-Kennwörter zurücksetzen oder auch die gespeicherten Geräte wiederherstellen, für die er Multifaktor-Authentifizierung verwendet. Wir haben außerdem die Möglichkeit, hier oben über den Punkt Massenaktualisierung mit einem CSV-Import auch alle User oder ein gewisses Set an Usern direkt mit Multifaktor-Authentifizierung auszustatten. Dazu könnt ihr hier eine Beispiel-Datei runterladen, in dieser dann entsprechend eure Werte und eure User eintragen und sie dann auch hier wieder hochladen. Das überspringen wir jetzt mal. Wir sind jetzt hier auf office.com und wollen uns mal anmelden und schauen mal, wie das Ganze aussieht, wenn ein Benutzer sich jetzt anmeldet und zur Einrichtung von Multifaktor-Authentifizierung aufgefordert wird. Wir gehen dazu auf Anmelden. Geben hier unseren Nutzer ein. Werden dann zur Eingabe des Passworts aufgefordert. Geben das Passwort ein. Und ihr seht, ihr bekommt einen Dialog, dass für diesen Account weitere Informationen erforderlich sind. Die Organisation benötigt weitere Informationen zum Schutz des Kontos. Wir klicken auf Weiter. Und dann bekommen wir diesen Einrichtungs-Dialog für Multifaktor. Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, verschiedene Dinge auszuwählen. Zum einen habt ihr verschiedene Authentifizierungsmöglichkeiten. Zum einen das Authentifizierungstelefon, das Telefon geschäftlich oder die Mobile-App. Wir wählen jetzt an dieser Stelle mal die Mobile-App aus. Ihr seht, ihr habt hier jetzt verschiedene Optionen. Zum einen die klassische SMS-Zwei-Faktor-Authentifizierung über eine Telefonnummer. Das Ganze über einen Telefonanruf, also per Telefondurchwahl und die Option Mobile-App. Wir machen das Ganze einmal mit der Mobile-App. Wir haben hier bei der Mobile-App zwei verschiedene Optionen. Das Ganze funktioniert mit der Microsoft Auto-Indicator-App, die ihr frei und kostenlos in jedem App-Store, das heißt sowohl in Google Play als auch im Apple-App-Store, bekommt. Wir wählen jetzt mal den Prüfcode aus und klicken auf Einrichten und schauen, was passiert. Ihr bekommt jetzt diesen Dialog angezeigt. Wir scannen mit der App den QR-Code. Bei der Einrichtung der Authenticator-App habt ihr die Option, die QR-Code-Funktion zu benutzen. Und klicken dann hier auf Weiter. Jetzt werden wir aufgefördert, den Prüfcode aus der App einzutragen. Dieser Prüfcode ändert sich alle 30 Sekunden in der App. Ich habe jetzt den aktuellen bei uns eingetragen. Wir klicken auf Überprüfen. Jetzt wird eine zusätzliche Sicherheitsprüfung angefordert, für den Fall, dass man den Zugriff auf die App verliert. In diesem Fall machen wir das Ganze über Telefon. Jetzt bekommen wir noch das App-Kennwort für unsere Multifaktor-Authentifizierung bereitgestellt. Mit dem App-Kennwort lassen sich Applikationen registrieren, die nativ erstmal keine Multifaktor-Authentifizierung machen. Das ist beispielsweise die Office-Installation. Das ist aber auch Office auf dem Mac und ähnliches. Dort habt ihr ja nicht jedes Mal bei der Verwendung von Outlook, Word oder PowerPoint Lust, eine Multifaktor-Authentifizierung zu machen. Dafür dient das App-Kennwort. Jetzt stellen wir das Ganze fertig. Und werden jetzt auch noch aufgefordert, das Passwort unseres Accounts zu ändern. Das machen wir hier mal. Und dann melden wir uns an. Wir werden gefragt, ob wir angemeldet bleiben wollen. Das kennen wir. Wir sagen jetzt mal Nein. Und schon sind wir in unserem Account eingeloggt. So einfach geht das. So, das war der kurze Exkurs zum Thema Multifaktor-Authentifizierung. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen kleinen Einblick geben und auch zeigen, wie schnell und einfach ihr eine Multifaktor-Authentifizierung für eure Benutzer einrichten könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, lasst mir ein Like da. Abonniert gerne den Kanal. Schreibt mir in die Kommentare. Schaut euch außerdem auch auf dem Kanal um. Hier gibt es viel mehr nützliche Videos rund um Microsoft und Office 365. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wie immer. Tschö. Medö.